Was ist ein Hilfskreuzer? Ein Handelsschiff, das zum Kriegsschiff umgebaut ist. Es hat die besondere Aufgabe, die feindliche Schifffahrt zu stören und zu vernichten. Diese Aufgabe kann nur erfüllt werden, wenn Führung und Mannschaft wie aus einem Brust zusammengeschweift sind. Kreuzt auch das Schiff oft monatelang auf den belebtesten Handelsstraßen der Weltmeere. Eine Menge Arbeit ist notwendig, bis Schiff und Besatzung einsatzbereit sind. So waren wir froh, als wir endlich nach Monaten der Plackerei und Mühe auslaufen konnten. Friedlich wie ein Handelsschiff zogen wir zunächst unseren Kurs. Die Beschäftigung der Mannschaft und der Dienst an Bord waren durchaus friedensmäßig. Das tägliche Einerlei des Dienstes überbrückte die allgemeine Spannung, denn wir alle brannten darauf an den Feind zu kommen. Das tägliche Einerlei des Dienstes überbrücken. Das tägliche Einerlei des Dienstes überbrücken. Das tägliche Einerlei des Dienstes überbrücken! Das tägliche Einer der Dienstes überbrücken. historically von der Dienstes überbrücken. Geht es auf der Dienstes überbrücken? Das tägliche Einerlei des Dienstes überbrücken. Stoppen Sie sofort, benutzen Sie keine FP. Das Untersuchungskommando zum ersten Mal auf einem feindlichen Schiff. Es ist ein englischer Tanker. Befehl vom Kommandanten, Schiff durch Sprengung versenken. Besatzung an Wort nehmen. Die Sprengladung wird angebracht. Die Sprengladung wird angebracht. Die Sprengladung wird angebracht. Der erste Mal eingestellt wird psyche 9,300 Pine-Towne kommen. Die Sprengladung wird angebracht. Die Sprengladung mit 62 Syl hace einmal herummaßen. Die Sprengladung wird einem gerätigen Menge Die erste Sorge gilt den verwundeten Gefangenen. Da der Tanker zu langsam sinkt, bekommt er noch einige Schüsse in die Wasserlinie. Das war unsere erste Begegnung mit dem Feinde. Viele andere folgten. Oft mussten wir den Gegner lange suchen. In dieser Zeit gab es Stunden der Ruhe und Erholung. Da der Tanker zu langsam sinkt. 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 . Musik 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 Nach Aufforderung hat der Dampfer gestoppt und schickt ein Boot. Zwei Offiziere kommen mit den Schiffspapieren an Bord. Es ist ein Neutraler, der in englischen Diensten fährt. Das Schiff muss versenkt werden. Das Schiff ist ein Neutraler, der in englischen Dampfer gestoppt wird. Das Schiff ist ein Neutraler, der in englischen Dampfer gestoppt wird. Das Schiff ist ein Neutraler, der in englischen Dampfer gestoppt wird. Das Schiff ist ein Neutraler, der in englischen Dampfer gestoppt wird. Je länger wir unterwegs sind, umso bunter wird das Völkergemisch der Gefangenen. Sie werden zweimal am Tage für kurze Zeit an Deck gebracht, um auszulüften. Bei wechselndem Wetter stoßen wir immer weiter nach Süden vor. Delfine umspielen oft tagelang unser Schiff. Von Zeit zu Zeit muss alles im Schiff einmal gründlich gereinigt und überholt werden. Musik 4 So, noch ein bisschen, ab. So, noch ein bisschen, ab. So, noch ein bisschen, ab. Eines Tages erreicht uns ein Funkspruch, der ein besonderes Ereignis ankündigt. Der Äquator kommt in Sieg. Neptun, der Gott der Meere, steigt mit seinem Befolge zur Äquator-Taufe an Bord. Der Herr Polizeichef, der Hochaktual, der Astronom, der Hochkellermeister. Die liebliche Tetis und Admiral Triton. Die wilden Trabanten. Die liebliche Tetis und Admiral Triton. 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 Musik Musik Dem gefallenen Gegner erweisen wir die letzte Ehre. Er wird nach Seemannsbrauch heierlich dem Meer übergeben. Musik 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 Auch dieser stolze Segler musste versenkt werden. Musik 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 Musik